Tag Leute, weiter geht's bei Sinurale Chronicles 3 und beim letzten Mal haben wir einen riesigen Lefnis besiegt, der aber gar nicht zu stark war. Und jetzt geht's hier weiter. Ich schätze mal, wir sind hier in der Nähe von einer anderen Kolonie, nämlich der von der Taion ursprünglich kam, die Seile aus Terrassen lässt. Was? Ja, das ist ein See da unten. Ich hab Lust zu dem See zu gehen. Wir gucken uns ja immer wieder mal gerne so ein bisschen um und da waren wir schon mal bei dem See, ne? Ja, das ist die andere Seite von dem See mit der Höhle. Ja, super, ich bin umsonst hier runtergehüpft. Geil. Ja, scheiße, ich bin umsonst hier runtergehüpft. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Gut. Ähm, dieser Lefnis, gegen den wir gekämpft haben, der war echt so ohne, auch wenn wir ihn relativ gut besiegen konnten. Ähm, aber ich glaube, wenn du ein bisschen weniger Side-Quest-Stuff machst, dann hast du ja auch schon mal Probleme bei dem. Und Juni hat sich selbst gefunden. Eine Leiche von sich selbst. Kurz zu dem Lefnis-Boss-Kampf. Wie hart ist das denn? Und meine Theorie war, und wahrscheinlich auch die von jedem, der das Spiel gespielt hat, zu dem Zeitpunkt, dass, ähm, wir nicht die ersten unserer Gruppe sind, also die ersten Versionen unserer Gruppe, sondern dass wir tatsächlich immer und immer und immer wieder geklont werden und quasi diese Reise hier in derselben oder einer ähnlichen Form immer und immer wieder durchmachen. Mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger Erfolg. Das ist schon hart, das ist krass. Ähm, hört mir bitte kurz zu. Wir befinden uns jetzt im Einzugsbereich von Kolonie Lambda. Die Gefahr, Agnus-Truppen zu begegnen, wird immer höher. Daher würde ich vorschlagen, noch eine Rast einzulegen, bevor wir uns dem Zentrum ihrer Spätszone nähern. Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Ja, ein guter Vorschlag, Teilen. Dass keiner Mai-Juni fragt, was mit ihr los ist, die Frau ist komplett neben der Kap. Ist mal richtig neben das Spiel. Ich nehme mal die Hand auf den Kameraschalter. Okay. Ähm, haben wir eigentlich irgendwas zu besprechen? Okay, gut. Können wir schon auf die 31 oder 32 gehen? 33 schon! Wir haben jetzt plus 6 schon erreicht bei den Stufen. Hehehehe. Sehr gut. Die plus 10 knacken wir noch. Hehehe. Geil. Gut. Okay, zugegeben. Bislang kommen wir auch sehr gut durch, durch alles. Oben ist eine Bonus-EP-Brau. Und wer weiß, wann sich das ändert. Achso, Kamera aus, meinst du gerade ziehen. Ich schätze mal, sie sieht jetzt die Erinnerung von dem früheren Ich. aus dem Kampf, wo sie gestorben ist. Die Army-Juni. Die haben also gegen den Dix gekämpft. Und das ist einäher, wo sie nicht zu schützen. Die haben auch nur noch eine andere. Aber es ist ja ganz gut. Und der ist das die Erinnerung von dem Meprofon. Das ist der Erinnerung von dem Meprofon. Das ist der Erinnerung von dem Meprofon. Aber die Juni, die wir gefunden haben, war ja verbrannt. Oh oh. Nee, aber das ist Mobius, glaube ich. Ja, 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 da gibt es wirklich kein Symbol da. Nee, oder? Ich kann grad schon. Aber Juni, wie soll das mit dem Rest der Gruppe reden? Das nicht hineinzufressen ist nicht gut. Es ist niemals gut, über sich hineinzufressen. Es ist immer besser, mit Leuten zu sprechen. Das ist ein ganz, ganz guter Tipp fürs Leben. Oh, danke. Vielen Dank. Es schmeckt gut. Es schmeckt gut. Ja. 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 Nee. Ich will ein deibeеров pitcher. Ja. ou seja. Ja. Wobei Soulsみ Items sized it's so, great. ig137. gut tun also ich bin ich nicht Nein, das kriegen wir noch nicht hin, der macht uns platt. 44! Okay! Ich sehe, warum wir hier lang sollen. Ist ja gut. Wird ja schon noch ruhig. Wollt ihr nicht verarschen? Ey! Das ist sogar ein einzigartiger da hinten. Ähm. Du denkst, du bist all das? Gewege. 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 Ja, die sind zu viel für uns. Das packen wir nicht. Was? Ach so, ich stürt jetzt. Ich bin die Mädchen mit den Glauben. Aber das ist die Schwache, denn diese Helder. Bam, so. Okay, jetzt warte ich an. Besiegt. 250% EP ist ja gut. Das ist sogar ein Fragezeichen. Das ist sogar eine Quest, also eine Story-Dings da. Aber leider zu stark für uns. 43 packen wir einfach nicht. Der macht uns sowas von platt. Ich liebe dich. Was? Diese unverteckte Hoffnung von dir. Ich wüsste, dass ich etwas nehmen könnte. Was? Ich würde lieber etwas machen, als zu spüren. Ich würde lieber etwas machen, als zu spüren. Und dann nichts machen. Ich würde lieber meinen Weg besser machen. Das klingt eher zu spüren. Oh, das war es? Insofern bin ich nicht sicher. Ich muss nur weitergehen. Das ist alles. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich meine, dir selbst. Warum hast du immer einen Rückseite genommen? Was? Du schaust? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Er weiß, warum ich noch nicht bleiben kann. Und er verstehe. Okay? Er sagt, mir ist es nicht gesund. Ja? Aber es ist einfacher zu sagen. Wie gesagt, ich kann ihn nur zurückkehren. Ich meine, was kann ich noch machen? Das ist wie es geht. Gleiches mit dir, richtig? Aber... Ja, ehrlich gesagt, das ganze Prudente schtick von deinem, hat seine Mehrheit. Das ist das Gegenteil von dem, was du schon gesagt hast. Ich denke, ich nehme es zurück, dann. Das ist das Gegenteil. Ach ja. Ich möchte noch sagen, Juni und Tayon wären auch ein super Paar. Die erinnern mich so ein bisschen an Valar Malduran und Daniel Jackson aus Stargate. Tut mir leid, ich gucke der Seite gerade einfach zu viel, glaube ich. Ähm, ja. Das ist eine Leiche. Ist die oben oder da unten? Die ist oben. Das ist ein Glücksfieh. Ich muss es. Wir sind in ein Achtung. Ich weiß nicht. Die sind hier. Das war so großartig. Die hat dann reingesprungen. Das hat sich verrascht. Die ist so eine Ekelheit und so eine Achtung, was machst du dir. Ich hoffe, wir werden nicht zu schlecht getroffen. Oh, das ist ein sehr verrücktes. Ihr wollt eh gegen mich kämpfen, ich weiß. Ich komme an euch nicht vorbei, ohne dass ihr mich anbreitet. Wer ist das? Komm nach mir und das ist was ihr bekommt. Täuscher sind immer so super aggressiv, obwohl sie nichts auf dem Kasten haben. Das sind die lächerlichsten Gegner im ganzen Spiel, aber sie grafen einen immer an. Was ist das? Uraya Stornenanlage. Wir sind also bereits Bantitan Uraya. Wie jedenfalls. Wie heißt er nochmal? Grovodras? Oder Grovodras? Ich hätte ja gerne dieses riesen Megafiech nochmal sehen. Das ist schon so weit weg von der Stelle, wo das war. Aber ihr seid mir jetzt mal egal, blödes Federviech. Noch mehr Täuschers. Nein! Ihr seid so super-hyper-aggressiv. Entschuldigung. Ich habe mich gerade leicht verschluckt. Beim Atmen verschluckt. Manchmal ist der menschliche Körper eine reine Fehler für den Nogen. Draußen die Nasen. Die scheiß Schnupfen. Wollten die Österreicher nicht mehr was erfinden, wo man nicht mehr Schnupfen bekommt? Also nie wieder. So nach einem Impfstoff gegen Schnupfen. Hätte ich gerne mal. Das ist so egal. Okay, keine Katzen. Darf Fördersche... Dankeschön. Keine Katzen. Darf sein mit der laufenden Katzen. Also für den Stollen. Sieht aber cool aus hier drin. Ja, die Szenerie hat mich gerade so ein bisschen an Resident Evil 4 erinnert. Wenn man da entführt wird vom Bürgermeister und dann aufwacht. Zusammen mit Luis. Wenn der Hinter das erste Mal trifft. Und wieder zwei Meter laufen und dann wieder Kamera aus. Ich liebe es. Typisch Notbord, ey. Oh! Riku seem mighty excited. Gemstone have many use. They probably useful later to us. Riku sound unusually enthused. Took to be cool and brooding type. It's something of a hobby. Hobby of my Nana is cooking. Riku well aware. Riku, if we find any nice gemstones, should we bring them to you? If friends get chanced, then please. Gemstone with good potential will be good investment for future. I don't think we're just gonna happen across priceless gemstones. But okay. Knop on very pacifistic. And don't fight. But would hate not to lend support. If Manana fight, that means Manana not become burden. And then? Don't worry about things like that. Everyone has their bit to do. If we could do such a thing, would have done ages ago. Right. Anyway. Getting out of these tunnels is the main priority. But Electric can't afford to overlook anything that might help us later. Understood. That's good enough. Yeah, go on. I'll give you an. Even Lance? That turned up for the books. Always good to have a few favors to call in, yeah? Riku knew it. Was Nopon wollen. Heldenmissionen. Angenommen. Sehr gut. Aufzug Nummer 1. Äh, äh. Das sind die Raubs. Wollen doch aber Zeug finden. Sollten wir doch hier erstmal ein bisschen... Hier, da. Das einsammeln oder etwa nicht? Ein Schichtstein. Kann ich ja nicht mehr... Was? Wer? Wo? Ach du. Hi. Nelly 24. 25. Was willst du noch an EG? 53. Das ist ja jetzt nicht so spannend hier. Das ist ja jetzt nicht so spannend hier. Da ist ein ETA-Kanal. Hahahaha. 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 Alter, wir haben 37, 38 ETA-Ladungen. Hahahaha. Ich bin auch mittlerweile sicherlich schon an 100 Dingern vorbeigelaufen. Die ETA brauchen. Aber sowas von... Wo geht's hier eigentlich überall lang? Ach du Scheiße ist das groß. Ach du ahnst es ja nicht. Ist das riesig. Aufzug Nummer 1. Ja... Oh wow. Brüllraub. Ist das ein brüllendes Raub? Ich mag die Raubs, ja. Und es gibt eine Rasse, die heißt D-Raub. Die heißt nicht nur Raub. Das weiß ich nur. Wie gab's... Oh ja. Da hieß nicht D-Raub. Blablabla D-Raub. Giftdische. Kannst du behalten für mich. Kotz andere Leute an. Dankeschön. Bezwungen. Sehr schön. Richtung Nummer 28 unterwegs. Wird auch langsam Zeit für die 30. Süßer Raubsaft. Blutsmaragd. What? Wir finden aber immer alles kein Blutsmaragd. Ist klar. ein Spiel. Was willst du damit sagen? Okay. Ich nehm mal an. Hier müssen wir runterfahren. Aha. Aufzug. Ei. Nichts blecheln. Warte. Ist da was? Ne. Gut. Was ist hier drüben noch so spannendes? Wir waren ja auch noch so einzig... nicht eine Elite für mich halt. Ist noch ein bisschen was. Ich will das jetzt schon wissen. Was hier so spannendes ist. Ein bisschen umgucken muss er noch sein. Bring it on. Leder Fisch. Dann bist du schwach, ey. Bist du schwach? Nein. Nein. Die Raubs haben nicht mehr mitgemacht. Die haben sich gedacht, ja komm, lass schon. Lass den kämpfen. Das ist nicht so schlimm. Erstpunkt Generatorraum. Keine Reaktion. Weeeeeeep. Ah, das ist der Weg jetzt außenrum und dann kommen wir in den Generatorraum rein. Das erinnert mich aber auch so ein bisschen an Resident Evil 5 an die Mühle. Nach dem Bahnhof. Nach dem Bahnhof. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ich bin der Ups. Sie haben uns gefunden. Ich bin der Ups. Sie haben uns gefunden. Ich bin der Ups. Jetzt sind das Ups. Geil. Ups. Kaputt. Geil. Geil. Mach auf da. Für Neustart Äther. Wir haben 38 von 99 Äther. Da sind also hau richtig Scheiße. Wir haben so viel von dem Kram. Wir können damit Handel betreiben. Wir werden schon Multi-Billionäre. So viel Äther haben wir. Geht ein bisschen übertrieben. Aber wir hätten einiges noch Kohle, wenn wir eine Äther verkaufen würden. Ganz sicher. wir hätten also hier herge muss ich das richtig ist bei mir noch die lampe alles klar zum aufzug aufzug hier kommt der aufzug ich habe ja klauen wie frühstückt was wer wo man leute ich habe bisnis lasst mir mal im hübe ich habe termini klappe lenz wir hätten echt mehr als drei sprüche haben und mich ist kein problem ich kann mir vorstellen dass es für euch doch ein bisschen nervig ist aufgauern die selben sprüche zu hören wir wissen nie was für karten wir noch so sammeln können nein spinns ich hasse spinnen ich hasse spinnen wir wollen ja au das klang schmerzhaft ja das sieht auch schmerzhaft aus alles klar mit ihr mann an mann an mann an auf die idee mit dem wog ist stefan rat noch nicht gekommen war vielleicht doch besser so das tv total wog bayblade tour Oh ja. Hmm. Just watching you made my heart go pitter-patter. Seriously, Manana, that was wild. Phew. I'm glad you're safe anyway. See? Manana is good for many much things besides cooking. Manana rush in like crazy pond just to prove that. Gaga pond. It's important to demonstrate through action. Manana did not just throw pot through whole self along with it. A special heavy duty pot also for self-defense. Exclusive Nopon brand. Th-that not a thing. Manana, you have to understand the poor Riku was worried about you. Is truth? Not so much truth. That very considerate. But Manana is really fine. Yeah, that's right. Worrying too much isn't good for you either. Exactly. That's why Riku not worry. Your blushy little cheeks aren't fooling anyone. Don't be ashamed. No shame here. Noah, please come to defense of Riku. You just didn't want your friend to be hurt. Should we leave it at that? Nah. But Riku's right. No more crazy antics in the name of helping each other out, okay? Manana understand. Not to do crazy antics in future. Then it's settled. Let's go down. Let's go down. Okay, Mew hat telekinetische Kräfte. Geil. Ich krieg das nicht nochmal hin. Schade. Ich hab's versucht. Aber trotzdem telekinetische Kräfte. Tschüss. Ich hab's nicht sicher als wildes, oder? Ach, jetzt bauen sie nach. Miene Nummer 1. Ich hab mir bei eiskalt erstmal oben stehen gelassen. Wie geil. eine richtige Katz-Signal-Sort. Wann hat die Nacht geflogen? Wofür wir uns fokussieren! Ach gut, das ist jetzt nicht so wild. Aber eine hohe Verteidigung, ja, aber... Geht aber ganz gut, eigentlich nur. Dann kriegen wir dann 28 vielleicht noch hin. Ja, auch zu verteidigen. Und Hammer! Boom! So. Sie, Technik gemeistert, sehr gut. Eine Erzader. Aha. Halt auf jeden Fall. Schichtstein, haben wir doch schon gefunden. Den haben wir einfach so rumliegend gefunden. Ah, fuck. Äh, wie ist das eigentlich bei uns mit den Techniken? Deine Achtelklasse hat den maximalen Rang erreicht. Ja, das ist schön, dass Noahs Klasse den maximalen Rang erreicht hat, aber was sollen jetzt lernen? Ah, warte, da können wir Heiler machen. Oder, er macht das nochmal weiter, weil er noch nicht voll ist. Da fehlen ihm eh noch zwei Ränge. Ist denn von uns noch irgendwer voll? Ja, wir sind nicht voll. Du bist aber voll, da kannst du einen Verteidiger machen. Und zwar, oh, das ist schon voll. Okay, dann machst du ihn hier. Und Noah macht halt das nochmal weiter. Weil du bist ja... Ah, du bist das schon. Äh, Noah macht das hier. Gut. Dann haben wir jetzt zwei Angreifer, zwei Verteidiger und drei Heiler. Aber du bist voll, hast du gesagt, ne? Das könntest du nur noch lernen. Eine Offensivrolle, das ist doof. Das ist sehr doof. Du bist auch noch nicht voll, ne? Aber du wärst voll, du könntest eine Offensivrolle lernen. Dann lernst du jetzt das Schwert. Ja. Machst du die Klasse. Und du machst halt wirklich einen Verteidiger. Oh. Das ist dann möglichst gleich aufgestellt bleiben, nicht wahr? Okay. Äh. Das sieht interessant aus. Wie kommen wir da? Ah, das ist ja leider. Ja, ich hab's geahnt. Okay, Taya. Das zeigt mal, dass du im Raum hast. Du wirst schon wissen, wie du es hattest. Mimini. 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 Vermittelssohn. Mimini. 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 Und BAM, so. Valdi ist fast tot. Und wirkschaft. Sehr gut, besiegt. Mit dem Lappen. Perfekt. Oh, du hast Schiss. Oh, ne, der buddelt was aus. Ah. Wenn die also so ein Ausrufezeichen haben, dann machen die irgendwas. Okay, haben wir das auch mal begriffen jetzt, ne? Haben wir eigentlich... Ne, ich war nicht gut. Sehr gut gemacht. Nicht Monolith, dass ihr daran gedacht habt. Man kann hier nicht in den Rock gucken. Das ist super. Elektrogrille-Fossil. Oho, this might be valuable at later time. So we should keep. Okay, got it. Okay. Elektrogrille-Fossil. BAM. Aua. Ne, ne, ja. Bisschen hier. Warte mal, hä? Ne, warte mal. Hä? Hilfe! Da lang. Das ist noch ein Container, der wir nicht aufgeöffnet haben. Ach so, weißt du, ich hab's gehört. Ich hab's gesehen. Das ist... Ach, du geht's durch. Gut, ich hab's nicht halt, ne? Schon nett, freundlich. Tag, Fredermäuse. Gut. Jetzt aber. Das ist das Richtige. Hey, ich hab einen gefunden. Nein. Das ist nicht richtig. Aber es ist sinnvoll. Also Riku, take it. Ich glaube, darum geht's hier gerade. Da ist der andere Behälter. Hä? Was? Ein falsches Fleder. Du bist nicht mein echtes Fleder, Aua. Lusche. Doch. Da. Ja. See if we can keep this up. We're really gonna find where we have a Riku's after. It doesn't seem like we'll find anything here. We might have to go deeper. Gut. We have to go deeper. Aber... Wann nicht jetzt? Wenn ich den Aufzug nehme? Wir müssen da unten. Okay. Ich dachte... Warte, du rennst irgendwo hin. Oder weswegen? Weswegen? Weswegen rennst du irgendwo hin? Was machst du? Oder haust du einfach bloß ab? Okay. Es ist abgehauen. Mann, Nase. Auf sie jucken. Es nervt. Das war spektakulär. Und ich war die MVP. Du glaubst es. Schande. Wow. Äh. Wer geht's denn da runter? Warte. Warte, wir haben nicht die Langeweile, kann das sein. Da. Siegt. Let's go. Wenn nur du nicht aufs Glaubst du, Mimi? Das ist ziemlich mindblörend. Ist das rau? Ich will ihn sehen. Oh nein. Oh mein, ihr könnt doch nix. Lass mich doch einfach in Ruhe. Hey, wir sind in Ruhe. Hey, du stirbst schon, wenn du dich anatmest. Oh nein, du stirbst schon, wenn du dich anatmest. Das war das Garnier. Und ich war der Eier. Ja, den Lerns war echt nicht, ne? Ja. Das ist eine Elite. Glück. Schon mal was. Okay. Dann das Elite-Luke mal angreifen. Ich seh ihn überhaupt nicht los, oder? Oh Gott. Ich kann gleich den Synchro-Angriff machen. Perfekt. Gewonnen! Gleich Level 28. Sehr schön. Gut. Ihr lasst uns ja meistens in Ruhe. Ihr doch recht friedlich seid. Rik, ihr seht, dass eine große Freude in den Rücken finden. Er hat so viele. Gemstone und Ohr sind anders aus den normalen Rücken, die sich rundherum befinden. Und Ohr, die wir von früheren bekommen haben, hat eine große Utilität. Manana, kein Rücken-Scientist. Du kannst sie alle identifizieren, Riku. Du wirst bestimmt viel über die Rücken. Riku kennt ein oder zwei Dinge. Nicht so modest. Du hast die Skills, Mann. Du solltest ein Appraiser sein. Beide mit Flattern. Das ist nicht Flattern. Es ist gut, ein Hobby zu haben. Manana in Verbindung. Ich glaube, ich auch zustimmen. Es ist gut, dass wir aus dem Rücken fangen können, Riku. Wunderschöne und Gemstone. Nicht Rock. Von Materialien bis zum Verkaufeln. Das ist Riku's Job. Es ist eine große Herausforderung, die wichtigste Arten zu halten. Sobald jeder kann zurückkommen. Wir machen nur seine eigene Arbeit. Nicht wie Lance. Was? Was? Ich bin ziemlich... fast... ...sortlich... 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 Wow. Du hast wirklich viel Verantwortung, Riku. Es ist zu viel sprechen. Aus dem Riku's Charakter. Nicht überhaupt. Entstehen uns besser besser ist nicht schlecht, ist es? Das stimmt! Wir werden bessere Freunde ist wichtig. Wir brauchen mehr über uns zu lernen, um bessere Freunde zu werden. Das ist genau die Wahrheit. Lernen über uns ist ein sehr wichtiges Problem. Huh? Manana hat eine Idee. Next, Manana will show you your favorite thing. Next? It's not about taking turns. Bait, breath in readiness. Manana will show you her specialty. You learn soon. You learn soon. Over there is a good place. Time for break! Hm. Gut, aber die Folge ist vorbei. Deswegen, Leute. Wie das hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen, lasst gerne ein Abo da. Und einen Daumen nach oben. Müsst ihr helfen. Müsst ihr freuen uns. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao!